Ganz herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 115, Vers 11 heißt es, Ihr, die ihr dem Herrn fürchtet, und da bist auch du gemeint. Da heißt es weiter, vertraut auf den Herrn. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Und das möchte ich dir heute zurufen. Vertraue auch du auf den Herrn. Und dann heißt es noch weiter, Ihre Hilfe und Ihr Schild ist er. Und wie wunderbar, er ist deine Hilfe, er ist dein Schild, er ist dein Schutz. Und er ist wirklich dir ganz nahe. Ja, wir wollen dich heute auch wieder ermutigen. Hoffnung um 12. Ja, was macht dich lebendig? Wenn du Gebetshilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Schreib uns dein Gebetsanliegen oder ruf an heute bis 13 Uhr. Auf gebet-admissionswerk.de, im Chat oder wie gesagt auch am Telefon. Was macht dich lebendig? Wir haben doch heute so viele Dinge um die Ohren, die uns Angst machen, wo wir aussichtslos in dieser Welt herumlaufen. Was macht dich lebendig? Ich sag dir, mach mal etwas, wo dir viel Freude macht. Du sagst, dazu habe ich keine Zeit. Ich sag dir, tu es trotzdem. Es wird dich verändern. Es wird die Leute um dich herum verändern. Und wenn du Freude hast, geht auch so manches wieder viel, viel einfacher. Von was bist du so richtig begeistert? Wir sind jetzt im Sommer und haben, die meisten von uns haben Urlaub. Bist du vielleicht begeistert, Urlaub zu haben oder bist du begeistert, ein Rezept zu haben zum Kochen oder Backen? Oder hast du irgendwo eine Entdeckung gemacht? Da gibt es das. Und stell dir vor, das musst du auch sehen. Ich schaue gerne Menschen zu, die so richtig begeistert sind von einer Sache. Und das ist sowas, die Freude, die da rüberkommt, obwohl mich vielleicht die Art oder ein Rezept gar nicht interessiert. Aber die Freude, wie jemand begeistert ist von etwas, das ist wunderbar. Und die Welt braucht solche Menschen, die lebendig sind. Tote gibt es viele, die laufen zwar noch rum, aber die begeistern niemanden. Und ich sag dir, es ist wichtig, dass du Freude im Herzen hast. Und die Freude am Herrn ist auch unsere Kraft. Aber Bibelsprüche sollen wir auch umsetzen, nicht nur vor uns her sagen. Und das und auch leben. Und fromme Sprüche helfen uns gar nicht weiter, wenn wir sie nicht leben oder auch ausstrahlen. Und in der Jesaja 60, 1 heißt es, steh auf, werde Licht. Und das ist eine schöne Sache. Das ist nicht eine Weihnachtsbotschaft, sondern das ist eine Botschaft. Komm, sei lebendig für deine Mitmenschen und freue dich. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir wirklich lebendig sein dürfen, dass wir uns freuen dürfen, Herr, an dem, Herr, was wir tun oder die Sachen, die uns richtig Freude und Spaß machen. Und Herr, dass wir eine Ausstrahlung haben, dass wir andere mitreisen. Ich danke dir dafür. Ehre sei dir, Herr. Danke. Amen. Wir möchten auch heute für Menschen beten, die Gebetshilfe brauchen und nachher hören, was Gott getan hat. Und ein Mann bittet für sich und seine Frau um Gebet. Er schreibt, liebe Geschwister, bitte betet für mich, für Heilung meines linken Knies, dass ich wieder sicher und ohne Schmerzen auftreten kann. Bitte betet auch für meine liebe Frau, ja für uns beide, um völlige gesundheitliche Wiederherstellung. Liebe Grüße. Das wollen wir gerne tun. Jesus, und wir danken dir, dass du diesen Mann kennst, der Knieschmerzen hat. Und ich danke dir, dass du dieses Knie berührst, dass du gerade jetzt deine heilende Hand da drauf legst. Und ich danke dir, Jesus, dass dieses Knie wieder völlig in Ordnung ist und ohne Schmerz. Und wir entmachten diesen Schmerz durch das Blut, Jesus. Und ich danke dir, dass du auch seine Frau berührst. Und du kennst sie und du weißt auch um ihre beiden Nöte. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du ihnen völlige Gesundheit schenkst, so wie sie geschrieben haben und sich das wünschen. Völlige Gesundheit in dir. Und ich danke dir dafür, dass du es tust. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns sein Gebetsanliegen. Liebe Isolde und Daniel, ich leide an Tinnitus. Es belastet mich sehr. Bitte betet, dass der Tinnitus komplett verschwindet. Vielen Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen Tinnitus mit ans Kreuz genommen hast. Und ich danke dir, dass diese Ohren und diese Ursache des Tinnitus in Ordnung kommt, dass du wirklich da ein Wunder tust, dass du wirklich da eingreifst und dass diese Geräusche einfach verschwinden. Wir entmachten auch diese Geräusche durch das Blut Jesu und danken dir, dass diese Ohren wieder völlig in Ordnung ist und diese Geräusche verschwinden im Namen Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wenn du Hilfe brauchst, wir beten gerne für dich. Und ein Mann bittet um Gebet wegen Ängste. Er schreibt, ich hatte vor circa vier Wochen einen Sonnenstich gehabt und habe mich so erschrocken und so eine starke Angst überkam mich, dass ich Herzrasen, Atemnot und inneres Zittern hatte. Seitdem habe ich fast täglich Angst davor und habe gemerkt, dass diese Angst mich in eine Art von Atemnot versetzt und mich einschränkt. Ich bitte euch, mich im Gebet zu unterstützen, dass ich vollständig von diesen Ängsten und Atemnöten befreit werde. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der auch die Angst besiegt hat. Und ich danke dir, Herr. Danke, dass diese Angst weichen muss. In Jesu Namen, dass diese Angst, Herr, die unbegründet ist und so viel auslöst, Herr, ich danke dir dafür, dass sie besiegt ist und dass sie verschwindet, Herr. Danke, schenk ihm wirklich ein Ruhe, Frieden in seinen Herzen hinein, eine Perspektive und eine Sicherheit, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass er nicht Angst vor der Angst hat, sondern wirklich, Herr, wirklich Frieden hat. Danke, Herr, dass das förmlich abfällt von ihm. Danke. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Liebe Isolde Daniel, bitte betet für mich. Ich habe wieder Rückenschmerzen, welche ins linke Bein strahlen. Ich hatte schon mal eine Rückenoperation. Auch meine Koksarthrose schmerzt mich sehr. Ich vertraue Gott, dass er mich heilt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Danke für eure Gebete. Danke, Herr, Herr, dass wir auch dir diesen Rücken und diese Arthrose bringen dürfen, Herr. Danke, Herr, dass du Wunder tust. Danke, Herr, durchströme jede Zelle, Herr, mit deinem heilenden Blut. Und danke, Herr, dass wir dich um alles bitten dürfen und glauben dürfen, dass du Gebete hörst. Danke, Herr. Amen. Und Menschen erleben immer wieder Wunderbares, weil Gott in ihr Leben eingreift, weil sie Gebetserhörungen erfahren. Und von Versöhnung schreibt uns eine Frau aus dem Norden Deutschlands. Gott hat Wunderbares in meinem Leben getan. Ich konnte mich heute mit einem Menschen versöhnen, der mir sehr am Herzen liegt. Vor einem halben Jahr hatten wir uns entzweit und der Kontakt war abgerissen. Ich hatte sehr darunter gelitten. Jetzt hat er uns wieder zueinander geführt und Versöhnung geschenkt. Ehre sei unserem Gott. Das ist etwas Wunderbares, wenn Versöhnung eintritt. Jesus befreit von jeglicher Abhängigkeit. Ich bat euch um Gebetsunterstützung wegen einer emotionalen Abhängigkeit zu einem anderen Mann, der nicht mein Ehemann ist. Ich war sehr verzweifelt. Nun geht es mir schon wesentlich besser und ich komme im Leben wieder zurecht. Danke, Jesus. Auch die Schmerzen im Unterleib sind ganz weg. Danke, Jesus. Und danke euch. Traue Gott alles zu. Eine Frau hat Wunderbares erlebt. Ich habe so etwas Schönes erlebt. Vor einigen Wochen wurde bei mir ein auffälliger Blutwert festgestellt, der eindeutig auf Krebs hindeutete. Am Dienstag war nun nach den ganzen Untersuchungen das Befundgespräch. Mir kam, als ich wartete, der Sieg über die Ägypter am Roten Meer in den Sinn. Ich ging schon etwas mutig in das Gespräch. Und siehe da, es wurde rein gar nichts bei mir gefunden. Ich bin dankbar und preise Gott für seine große Kraft. Und Gott greift auch ein bei Diabetes. Ich möchte euch von etwas Erfreulichem berichten. Ihr hattet immer für meinen Diabetes gebetet. Letztes Jahr im November und dieses Jahr im Februar ist der Langzeitzucker nach dem Labortest fast normal. Gott erhörte unsere Gebete. Ich danke euch. Das ist doch schön, wenn man das erleben darf. Ja, wie wunderbar. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne weitersagen. Ja, mach mal etwas, das dir richtig Freude macht. Und komm nicht mit der Entschuldigung, dazu habe ich keine Zeit. Sondern mach mal wirklich was, wo dir Freude macht. Vielleicht auch mal einkaufen gehen oder irgendwie, ja, mal was freimachen, schwimmen gehen. Oder ich weiß nicht, was dir Freude macht. Mach das mal. Und ich sage dir, strahle die Freude wirklich aus deinem Gegenüber. Du kannst damit die Welt verändern. Denn Gott möchte aus dir herausleuchten. Ja, und wenn du Gebetshilfe brauchst, wir beten gerne für dich. Du darfst uns schreiben oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, ich möchte dir heute auch ans Herz legen, wenn du noch nicht unser Magazin Freude am Leben abonniert hast. Tu es gerne. Das neue Magazin ist rausgekommen. Wir machen auch da keine Sommerpause. Monat für Monat erscheint dieses Magazin. Bestell es einfach kostenlos, falls du es noch nicht hast. Schön, dass du dabei warst. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit. Bis bald. Alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.